Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Google Tabellen einen flexiblen Reinigungsplan, also Putzplan, erstellen könnt. Das ist super einfach und ihr kennt das vielleicht, ihr wohnt in einem riesigen Mietshaus mit mehreren Mietsparteien. Ja und leider ist jeder vielleicht mal dran und muss das Treppenhaus sauber machen oder den Müll rausstellen oder vielleicht auch draußen eine runde Kern. Ja und da das bei jedem anders sein kann, werden wir das so machen, dass wir im oberen Bereich hier die Anzahl der Tage festlegen und meinetwegen auch noch das Startdatum. Ich fange erstmal mit der Überschrift an und in Zelle A1 schreibe ich einfach mal Reinigungsplan und zwei Zeilen tiefer werde ich mal Anzahl der Tage eintragen. Rechts daneben schreiben wir gleich mal die Zahl rein und ja was wir noch brauchen ist das Startdatum. Ich werde jetzt hier erstmal den Reinigungsplan hier ein bisschen fett machen und auch eine etwas größere Schriftart nehmen, damit sich das ein bisschen abhebt jetzt. Und ihr seht, ich klicke hier auf das B und wenn ich jetzt hier raufklicke, habe ich eine Auswahl und werde mal hier 14 nehmen. Sieht eigentlich ganz okay aus und bei Anzahl der Tage werden wir mal hier in Zelle C3 eine 1 eintragen. Ich mache das jetzt extra so, damit wir gleich die Formeln und alles hier kontrollieren können, das heißt, ob die Ergebnisse alle stimmen. Später kann man natürlich dann 7 oder 14 Tage eintragen, das ist völlig egal, also das ist hier wirklich absolut flexibel. Als Startdatum nehme ich den 1.1.2017 und das ist sozusagen der erste Tag, wo unsere erste Person sozusagen anfängt zu arbeiten. Ich werde jetzt mal hier unten ein paar Namen eintragen, ich habe hier schon was vorbereitet, füge das einfach nur ein jetzt hier und ihr könnt natürlich eure eigenen Namen eintragen. Egal wie viel, also es funktioniert auf jeden Fall, wenn ihr weniger habt oder mehr, müsst ihr nur die Formeln entsprechend weiter runterziehen oder nicht. Der Lehmann ist jetzt hier der erste, der ja anfangen müsste und damit wir auch Titel haben, werden wir jetzt erstmal hier oben reinschreiben, also Startdatum und Enddatum. Aber ich schreibe einfach mal von und rechts daneben bis. Der Lehmann fängt natürlich genau ab diesem Datum an, also machen wir uns das ganz einfach. Ich gebe ein Gleichheitszeichen ein und klicke einfach hier auf diese Zelle, die Koordinaten erscheinen, C4, das sind halt die Koordinaten von der Zelle und ihr seht schon, was als Ergebnis zu erwarten ist. Ich drücke Enter und das Datum steht hier drin. Jetzt muss der Lehmann natürlich so lange arbeiten, wie wir hier oben festgelegt haben und das ist jetzt momentan ein Tag. Und ja, die Rechnung ist eigentlich relativ einfach. Das ist ja unser Ausgangsdatum, also klicke ich hier rein, gebe ein Gleichheitszeichen ein und klicke erstmal auf diese Zelle. Jetzt können wir natürlich nicht einfach nur sagen, plus diese Zelle. Das reicht nicht aus, denn wenn ich jetzt einfach ein Pluszeichen eingebe und hier raufklicke, dann bekommen wir schon den zweiten ersten raus. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist dann wieder einen Tag abzuziehen, das heißt minus eins. Jetzt kommt der erste erste raus und das würde stimmen. Der Lehmann arbeitet vom ersten ersten bis zum ersten ersten, weil hier steht ja auch nur ein Tag. Das ist eigentlich alles. Total easy. Ihr habt gesehen, einfach diese Zelle mit dem Datum plus die Zelle, wo die Anzahl der Tage drin steht und das Ganze minus eins. Da wir das Ganze aber anschließend runterkopieren wollen einfach, ist das ja so, dass wir das nicht einfach jetzt so abschicken können mit Enter, sondern wir müssen festlegen, dass diese Koordinaten hier, C3, also dieses hier, als absoluter Bezug eingetragen wird. Das ist ganz wichtig, denn wer sich noch nicht damit auskennt, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Relative und absolute Bezüge, ich sage das jedes Mal, absolut wichtiges Thema, gerade beim Kopieren von Formeln und Zellen sowieso. B8, diese Zelle soll sich ja automatisch entsprechend der Zellposition anpassen, aber das hier oben soll sich natürlich nicht entsprechend der Zellposition anpassen, sondern es bleibt immer genau hier festgelegt. Das heißt, wir können, wenn wir das hier markiert haben, im Prinzip mit der F4-Taste als absoluten Bezug kennzeichnen, dann seht ihr $C, $3 und ihr könnt natürlich die Dollarzeichen auch selbst eintragen. Ich drücke jetzt die Enter-Taste und wir sehen, es kommt der 1.1.2017 raus. Das ist genau das, was wir haben wollten. Trage ich hier zwei Tage ein, das mache ich einfach mal, dann seht ihr, der Lehmann arbeitet am 1. und der Lehmann arbeitet am 2. Das sind genau zwei Tage. Der Meier ist sozusagen einen Tag später dran, also einen Tag später wie dieses Datum. Also, wie gesagt, ganz einfach, einen Tag später als dieses Datum. Das heißt, ein Gleichheitszeichen auf diese Zelle mit dem Datum geklickt und das Ganze plus 1. Ich drücke Enter und wir bekommen den dritten raus. Wie ihr seht, total easy. Im Prinzip müssen wir das Ganze jetzt hier nur runter kopieren. Das heißt, ich klicke hier auf diese Zelle und über den Anfasser ziehe ich das Ganze hier runter. Und je nachdem, wie viel Mieter ihr habt, müsst ihr das entsprechend weit runterziehen oder halt nicht so weit. Ihr seht, momentan habe ich hier ein paar andere Zahlen drin, die ihr vielleicht erwartet. Hängt aber damit zusammen, dass die Zellen auf der rechten Seite halt noch nicht gefüllt sind. Das heißt, wenn ich hier doppelt draufklicke, dann seht ihr, ist ja ein Bezug da hier oben. Und da steht ja schon was drin und nehme ich die andere Zelle, dann seht ihr, die ist ja noch ganz leer. Das heißt, ich markiere auch diese Zelle hier und ziehe das Ganze über den Anfasser hier mit linker gedrückter Maustaste runter. Und schon stimmt das. Das heißt, ihr seht, erste und zweite für zwei Tage, dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter, 15, 16. Und wenn wir hier den Wert ändern auf 1, dann seht ihr, stimmt das ebenfalls. Deswegen habe ich ja gesagt, am besten mit 1 anfangen. Dann seht ihr nämlich ganz genau, ob ihr einen Fehler drin habt oder nicht. Das Coole ist jetzt, wir können das Ganze hier mehrfach kopieren, müssen beim ersten Mal allerdings nur diese Formel hier ändern. Und zwar, wenn ich hier doppelt draufklicke, dann seht ihr, gibt es ja noch den Bezug hier nach oben und rechts, also auf die Zelle C4. Wenn wir das Ganze kopieren, passt sich das natürlich entsprechend an. Aber wie das geht, zeige ich ebenfalls. Das heißt, ich markiere mir hier diese ganzen Daten, also diesen Bereich mit der rechten Maustaste zum Beispiel, könnt ihr das Ganze kopieren oder mit STRG C. Und dann könnt ihr das hier irgendwo einfügen. Ich lasse jetzt bewusst eine Spalte frei und füge das hier ein, drücke die STRG und V-Taste oder rechte Maustaste und einfügen und die Daten werden hier eingetragen. Und hier ist natürlich jetzt noch ein Fehler. Ich habe ja gesagt, wir haben ja das hier kopiert und das ist jetzt ein relativer Bezug. Wenn ich hier doppelt draufklicke, habt ihr ja gesehen, das geht nach oben und ein Stückchen nach rechts. Und wenn ich jetzt hier doppelt draufklicke, dann ist das hier genauso. Und hier, der Lehmann sozusagen, der fängt ja sozusagen wieder einen Tag später an wie der Bauer hier unten. Das heißt, ich gebe hier einfach nur ein Gleichheitszeichen ein, zack, und nehme dieses Datum plus 1. Ihr seht, da steht der 9. Ich drücke Enter und schon passt sich alles hier wieder an. Und ihr seht, vom 1.1., 2. und so weiter, 8.9. und so weiter. Und jetzt, wirklich das Coole, jetzt könnt ihr diese Kopie hier, das hier, wenn ihr das kopiert, könnt ihr jetzt mehrfach hier kopieren und müsst da nicht mal etwas anpassen. Das heißt, wenn ich das jetzt, ich mache das mal ein bisschen kleiner hier, wenn ich das jetzt markiere und kopiere mit STRG und C zum Beispiel oder rechte Maustaste und kopieren wählen und hier jetzt einfügen, muss ich nicht mal etwas machen. Ich drücke STRG und C-V-Taste oder einfügen, zack, und ihr seht, 16., 17. Und selbst hier kann ich jetzt nochmal eine Kopie einfügen und ihr müsst hier nichts mehr anpassen. Das heißt, die Werte, die stimmen alle und ihr müsst im Prinzip nur Formeln hier oben eintragen, diese drei, und im Prinzip dann nur noch diese anpassen und dann seid ihr schon fertig und könnt das weiter kopieren. Aber ihr seht schon, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Anzahl der Tage auf zwei setze, kann man das nochmal überprüfen, 1, 2, 3, 4, bla, bla, 15, 16, 17, 18, 31, 1, 2, 16, 17, 18, 19 und so weiter. Das funktioniert. Wenn ich jetzt allerdings mal 14 Tage eingebe, dann seht ihr, dass ich das über mehrere Monate erstrecken kann. Ich mache das mal 14 Tage und ihr seht, hier ist noch Januar, hier ist ja schon April und hier geht es ja dann schon bis im Jahr 2018 weiter. Also wie gesagt, je nachdem, wie viel ihr braucht, könnt ihr das entsprechend anpassen. Ich werde hier noch ganz kurz was formatieren, das heißt, ich mache die Namen einfach mal fett. Ich markiere mir die Namen und klicke hier auf das dicke B und meinetwegen auf die ganze Zeile hier, einmal die Zeile markiert über die Zeilennummerierung, auch hier nehme ich das B. Ich werde das meinetwegen auch formatieren und zwar, dass es zentriert ist. Ich klicke hier einfach rauf, nehme hier zentriert und ja, der Rest, ich denke mal, wie man das formatiert, da hat wohl jeder auch seinen eigenen Geschmack und ihr könnt das ja so anpassen, wie ihr das braucht. Ich hoffe trotzdem, dass der ein oder andere mit dem Tutorial was anfangen konnte. Ihr habt ja gesehen, dass es nicht ganz so schwer ist, auch wenn das Tutorial jetzt vielleicht ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn der ein oder andere etwas mitnehmen konnte. Und ja klar, über einen Daumen hoch, ein Like also und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.